Hallo liebe Kinder und herzlich willkommen in der Wohnzimmerkita. Ich möchte heute mit euch auf Spurensuche gehen, die man so auf Anhieb nicht sofort erkennt, die auch überall bei euch, überall im Zimmer verstreut sind. Und zwar ist es der Fingerabdruck. Und könnt ihr den Fingerabdruck schon sehen? Jeder Mensch hat seinen eigenen Fingerabdruck. Nicht zwei Menschen können denselben Fingerabdruck haben. Ich zeige euch das mal mit der Lupe ein bisschen näher. Kommt mal ein bisschen näher. Könnt ihr die feinen Linien sehen? Das macht den Fingerabdruck aus. Und die sind, wie schon eben erzählt, nicht bei jedem Menschen gleich. Und um den zu sichern, müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Grafitpulver herstellen. Das bekomme ich, ich lege das mal zur Seite, aus dem Bleistift. Zur Hilfe brauche ich eine kleine Pfeile. Ich habe jetzt hier meine Nagelschere mitgebracht, da ist immer eine kleine Pfeile dran. Damit kann ich zur Seite ein kleines Scherchen, halte die Spitze an die Pfeile und fange an, den Bleistift da drauf zu rein. Könnt ihr schon erkennen? Dort zerkleinern wir quasi die Bleistiftmine zum Mini-Kleimpulver. Ganz fein. Ein bisschen brauchen wir. Man kann auch nebenbei noch mal den Bleistift anspitzen. Ja, ein bisschen brauchen wir noch. Ich glaube, das reicht für die Sicherung eines Fingerabdrucks. Auch die Polizei sichert so ihre Spuren. Auch mit so einem Feinpinsel, den wir jetzt benötigen, um unseren Fingerabdruck hier zu sichern. Den tunken wir in unser Grafitpulver, um das Pulver aufzunehmen und verteilen das ganz langsam, ganz vorsichtig auf unserem Spiegel. Ich glaube, das reicht. Und dann pusten wir das einmal weg. Ich nehme ein Stück Tesafilm. Könnt ihr schon erkennen? Ich nehme noch ein Stück Tesafilm, weil das ist nicht so gut. Das ist unsauber gearbeitet. Das macht die Polizei auch nicht. Bei meinen Fingern noch ein Stück. Pass auf, dass ich nicht zusammelte, klebe es hier auf den Fingerabdruck. Ganz leicht, sonst ist die Spur verwischt. Ich nehme mir schon mal ein weißes Blatt. Ziehe es ab. Ich klebe das hier auf das weiße Blatt. Und habe den Fingerabdruck jetzt gesichert. Und kann meinen Namen noch darunter schreiben, weil ich weiß ja, dass es mein Fingerabdruck ist. Dann kann man auch noch ein Foto machen an dem Fingerabdruck. Ich mache das einmal. Das könnt ihr dann auch vergrößern und euren Eltern oder Freunden zeigen. Oder auch uns in die Wohnzimmerkette schicken, wenn ihr gerne möchtet. Wir würden uns freuen. Bis bald und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.